... behind this mask that I have become My blackened heart scorched by flames of force I can't run from Hallo? Bin ich schon online? Angeblich schon. Ah, jetzt passiert was. I long to stay where the light dwells to guard against the cold that I know so well. Warte, immer kurz. Okay, test. Hört sich gut an. Okay, cool. Wir haben Sound. Das ist leider nämlich nicht selbstverständlich bei mir, bei meinem Streamlabs. Das spinnt immer ein bisschen. Tja, aber jetzt geht's. So, jetzt muss ich noch schnell auf Discord gehen. So viel Arbeit. So, hallo Metatron. Schönen guten Abend. Hallo Ratte. Es ist voll schon acht. Für mich ist es auch total irre, wie schnell der Tag heute vergangen ist und wie spät es schon ist. Voll verrückt. Könnte dran liegen, dass ich bis 14 Uhr geschlafen habe. Aber ich war auch bis sechs Uhr morgens wach und hab fleißig Videos gemacht. Aber crazy. Ich hatte mal einen Sommer, da war ich noch total jung. Wahrscheinlich zwölf oder so. Da hat mich das fertig gemacht, dass es immer schon so früh 20 Uhr war. Also, dass es noch so hell war draußen, weil ich immer die 20.15 Uhr Filme verpasst habe. Und damals war das noch was Besonderes. Da hat man sich drauf gefreut. Das war crazy. Um sechs Uhr noch mal, das wird bei die WoW. Ähm, da hat der Katka streamt das auch gerade. Ist das, ist jetzt irgendwie Vanilla WoW offiziell online gegangen oder irgendwie sowas. Ah, Metatron hat, du hast nicht weiter gespielt bis jetzt. Du bist ungefähr da, wo wir jetzt bei dem Save Game sind, oder? Ich musste leider, blöderweise, das Save Game, das wir da hatten, genau, ähm, diese mitten unterm Kampf Save Game, musste ich leider, äh, löschen. Das heißt, wir müssen den Kampf nochmal von vorn starten, aber ich glaube, das ist halb so schlimm. Um Mitternacht. Ah ja, okay. Na gut, aber das kennen wir ja schon, das können wir ja überspringen jetzt. Ups, ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige gesagt. Ich habe jetzt hoffentlich nicht gesagt, äh, äh, ne, ich mache deine Mission nicht. Spinnst du ja. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Sie soll im Grunde zwangsverheiratet werden, mit einem ekligen Vollarsch. Und die andere sagt so, da gehen wir jetzt mit unserer Armee hin und verhauen den. Mehr oder weniger. Auf das läuft jetzt hinaus. Und das machen wir jetzt auch. Ja, so regeln wir das mit Zwangshochzeiten hier. Ja. Einmal schauen, ob wir da hinkommen, bis zum Ball. Ich, ich bin mir nicht sicher. Hallo, Kuria. Und hallo, äh, Twashtag. Twashtag. Ich sage Twashtag. Kuria ist auch seit zwei Stunden in der Weiterschlage für Classic. Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ich doch nochmal World of Warcraft anfange. Ich habe es mal versucht, World of Warcraft. Ich habe viele so Online-Spiele versucht und finde die alle cool. Aber, immer halt nur kurz. Immer halt nur für ein paar Monate. So, jetzt machen wir alles nochmal genau wie beim letzten Mal im Grunde. Eine Gruppe geht nach oben, eine Gruppe geht da lang, eine Gruppe geht nach unten. Und mit einer Gruppe geht nach unten meine ich eigentlich nur unseren. Obwohl, nee, stimmt nicht. Ich glaube, unser Dozent geht tatsächlich eigentlich darüber, wegen der Schatzkiste. Er könnte auch unten entlang gehen, das ist kein Problem. Jetzt verprügeln wir hier erstmal so viel wie möglich. Jetzt verprügeln wir hier erstmal so viel wie möglich. Oh nein. Die Bernadetta ist die Bernadette? Alles mache ich falsch. Hallo, Ramzi. Wie geht's? Hi, Merlin. Hallo. Hallo. Hi, Merlin. Hey, das ist aber schon irgendwie was ziemlich besonderes. Ich bin jetzt in einem Urzustand. Ich bin in einem Urzustand. Ohne alles, woran wir die letzten zwanzig Jahre gearbeitet haben. Und alle, ich so, yeah! Bei den meisten modernen Spielen würde das bedeuten, das Spiel wird wieder nicht wirklich spielbar und voller Bugs im Grunde. Ich werde die Rechte erhöhen. Jetzt rauf und kümmern die Mädchen! Der Merchandt hat die BanditInnen gewassen und aufgehangen. Ich glaube, wenn wir ihn wegnehmen, werden die Rechte aufgehangen. Was? 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 Das ist so! Und dass sich dann alle da treffen. Und ich kann ziemlich verstehen, dass das total nervig ist auf Dauer, wenn man ständig über die halbe Weltkarte reist und ständig warten muss und so weiter und so fort. Aber vom Prinzip her, vom Konzept her, finde ich das eigentlich eine total coole Idee und fast schade, dass es inzwischen so diese Schnellauswahlleiste gibt und so Sachen. Die haben doch mit diesem Panda-Update auch so ein Pokémon eingeführt, oder? Man kann doch jetzt die ganzen wilden Tiere aus der Welt fangen und gegeneinander kämpfen lassen. Wegen dem Update, wegen dem Feature, habe ich mal überlegt, ob ich doch nochmal World of Warcraft starten soll. Nur damit ich der beste Kleintiertrainer in ganz Pandaria werde. Oder so. Habe ich aber dann doch nicht gemacht. Hi, das ist Rellgan, hallo! Es ist ein Ambush! Ingrid ist in Träumen! Nee, ist sie nett. Alles ist gut. So, jetzt muss ich aber unseren Magister wieder nach oben bewegen, weil der muss jetzt da oben die Truhe aufmachen erst mal. Ich hab's vergessen. Hau den noch kaputt. Damit die anderen gemütlich in Position gehen können. Moment, was hat denn momentan ein Lederschild? Das ist so ein Gebetsrand. Eigentlich eh sinnvoller. Machen wir so. Ich hasse es, Sachen nochmal spielen zu müssen, die schon erledigt waren. Schafft Hubert das, von zwei angegriffen zu werden? Hubert ist schon eher so ein bisschen ein Glas Cannon. Ne, der, aber, zwei, zwei sind schon, ja, wenn ich ihn so hinstelle, das ist kein Lavafeld, oder? Doch, das ist ein Lavafeld. Mist. Egal, wie ich ihn hinstelle. Wisst ihr was? Dann sollen die kommen. Dann warten wir hier. Wir haben keinen Stress. Wir haben keinen Stress hier. Sollen die, äh, machen erst mal. Ramsey! Vielen Dank fürs weiterhin Subscriben, fürs Resubscriben. 17 Monate insgesamt. Das ist eineinhalb Jahre. Wie mal Daumen. So ungefähr. Das ist lang. Voll cool. Voll crazy. Ach, Lavafeld. Das schafft ihn nicht, verdammt. Aber, ja, machen wir. Das riskieren wir. Der haut bestimmt daneben der Schurke. Sehr gut. Und nochmal. Naja, okay. Die acht Schaden nehmen wir. Das ist gut. Die Kampfhaustiere hinzugefügt. Die Kampfhaustiere hinzugefügt. Ich finde das ein super Feature. Star Trek habe ich auch mal eine Zeit gespielt. Da habe ich auch. Da denke ich auch öfter mal drüber nach, ob ich mal wieder ein bisschen Star Trek Online spielen soll. Weil das ja eigentlich schon cool ist. Ich glaube, mein erstes MMO war Ultima. Ultima Online. Das war schon ein bisschen älter, als ich das gespielt habe. Aber ich glaube, das war wirklich das erste, das ich gespielt habe. Da gab es schon andere. Aber ich habe davor kein anderes gespielt. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste lügen. Aber ich glaube, Ultima Online war wirklich das erste, das ich gespielt habe. Und ich wollte mir eigentlich nur ein Häuschen im Wald bauen, aber dauernd kamen irgendwelche krassen Ritter und haben mich totgehauen. Ich habe nicht verstanden, warum. Alle haben russisch geredet. Das war auf keinem offiziellen Server. Das waren, das waren harte Zeiten. Es ist entscheidend. Was ist für uns? Was ist für uns? Was ist für uns? Der Ramsey geht doch mit mir in Rente. Na dann. Wunderbar. Hallo, WDVK. Nur noch 17 Jahre. Na gut. Das kriegen wir hin. Bis in 17 Jahren, hoffentlich, schafft es der Kanal, dass er auch ohne Ramsey überlebt zur Not. Ich habe noch 17 Jahre, um hier was aufzubauen. Okay. Ich werde mir Mühe geben. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bleibe in der Defensive, aber ich muss irgendwas machen. Soll ich mich zurückziehen noch ein bisschen? Ich weiß, ich weiß wirklich, ist es gerade echt so, wir werden hier so bedrängt. Hört doch auf und zu zu bedrängen, Mann. Was ist denn hier los? Jetzt schauen wir mal, dass wir den Schurken da zumindest wegkriegen. Das muss er wohl hoffentlich hinhauen. Ja, das schafft er, Kasper. Was ist denn? 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 Arsch. Ich hasse ihn. Jetzt hat er sie vergiftet. Das ist nicht schlimm. Das geht auch wieder weg von alleine. Aber das ist super nervig. Das kann ich ja dauernd... Ah, warte mal. Erneuerung. Heilstatus-Effekte. Perfekt. Cool. Ich muss die Schatzkiste einfach noch ein bisschen warten. Ich glaube, ich muss unseren Magister Sepulon jetzt mal vorne an die Front schicken. Als Tank. Als Gegnerschwamm. Als Unlock. Gegner-Lock-Mittel. Ich glaube, ich bleib bei Tank. Das erste, was ich gesagt habe, war das Treffendste. Als Tank. Haha, der bleibt auf der Laber stehen. Und der andere auch. Ja, ich muss definitiv hier unseren Magister aufs Schlachtfeld schicken. Der hält das nämlich aus hier. Bäm! Würde ich mich zurückgehalten haben? Ja, aber ich glaube, nur ein. Ich glaube, ich kann theoretisch nur ein Adjutanten wählen. Deswegen, genau. Hier, Edelgard ist hier neben... Ich hätte Edelgard mit aufs Feld schicken sollen. Ich habe mir gedacht, ich trainiere lieber die anderen, weil Edelgard eh schon so krass ist. Aber man könnte hier schon eine Edelgard brauchen. Aber gut. Das schaffen wir jetzt auch ohne Edelgard. Hoffentlich. Bitte. Bitte, Team. Deine Edelgard hat überhaupt keine Bögen mehr. Ich glaube, ich habe vergessen, denen neue Waffen zu kaufen oder die zu reparieren. Ich bin ein schlechter Strategie-Chef. Das ist die offizielle Jobbeschreibung für das, was ich hier mache. Warte mal. Kann irgendwer... Was hast denn du? Kannst du irgendwie eine coole... Nee. Zufallschuss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das macht. Wen hätten wir denn noch? Was kannst du für eine coole Bataillonsfähigkeit? Ja. Das ist gut. Das nehmen wir. Perfekt. Das ist perfekt. Das ist sehr gut. Mein Plan ist fachlos. Was ist passiert? Du kannst es nicht gewinnen. Ich bin schockiert und habe es einfach gemacht. Perfekt. Der Hubert hat es drauf. Das heißt, die Vorderen sind besiegt. Der Hintere kann sich nicht bewegen. Also haben wir ein Problem weniger. Es sind immer noch ziemlich viele Probleme hier. Oh, dann gehen alle... Nee, das ist irgendwie nicht gut alles hier. Gehen wir schon hin. Boah, das sind schon viele Gegner hier. Mein Gott, wie viele dürfen denn da angreifen. Die ganzen Bogenschützen und so. Hubert ist tot. Der hat überhaupt keine Chance. Das ist ein Wunder. Ich versuch's mal, aber... Das wird nix. Dann müssen wir nochmal zurückspulen. Befürchte ich. Sehr gut. Ich glaube, ich hätte mit ihr anfangen sollen. Sie hätten ihn wirklich gleich geschafft, aber gut. Mein Herz ist voll von Glück. So, und jetzt stirbt Hubert. Leider. Befürchte ich. Können wir nix machen. Ferdinand, ich bin enttäuscht von dir. Okay, der greift Bernadetta an. Gut, Bernadetta kann nämlich nicht so... Und er blockiert den Weg direkt... Der steht jetzt direkt vor Hubert und blockiert den Hubert-Weg. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das für Auswirkungen hat. Shit. Schade, dass der getroffen hat. Wäre besser gewesen, wenn er nicht getroffen hätte. Weil der stirbt jetzt. Das heißt, der macht den Weg frei für noch einen Bodenschutz und der nochmal angreifen kann. Manchmal ist es besser, wenn die ihre Gegner nicht One-Hit-Killen. Das ist gut. Den Magister könnt ihr angreifen, bitte. Bitte mehr. Alle. Alle auf den Magister. Der schafft das. Die Glorie der Progresse. Vorbildliche Anführer. Nein, Hubert! So ein Scheiß. So knapp. Das wäre der letzte gewesen. Nein! Ach komm. So ein Scheiß, ey. Ich dachte, wir haben es geschafft. Ich war schon, ich war schon im Siegestaumel. Aber ich befürchte, wir müssen uns mehr zurückziehen mit allen. Also, machen wir die Phase nochmal. Ich weiß schon, wie wir es machen. Fokussiert bleiben. Zweitens. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Beste. Ich hoffe es. Weil das sind jetzt schon auch sehr viele Gegner. Das könnte selbst für unseren werten Herr Professor problematisch werden. Schauen wir mal. Ach, dammit. Jetzt ist sie wieder im Gefahrengebiet, weil sich das erweitert hat, nachdem ich Hubert bewegt habe. Nicht so gut. Und wem wird sie denn angegriffen? Angeblich von niemandem. Na, schauen wir mal. Wahrscheinlich stirbt sie jetzt. Aber das ist überhaupt nicht frustrierend oder so. Ach, ist voll gut. Voll super, wenn man die gleiche Runde dreimal spielt einfach. Voll gut. Hahaha. Total toll. Okay. Jetzt genau. Können wir den zumindest gleich mal One-Hit-Killen. Dann muss nicht der Ferdinand den auch noch angreifen. Der Händler. Die redet so toll. Ich finde die super lustig. Hallo, Apfel. Ich bin Ferdinand von Eyren. So, jetzt schauen wir mal, wer jetzt stirbt. In akuter Gefahr sind jetzt auf jeden Fall der Magister. Der ist krass, aber mit einer ganzen Armee wäre er auch nicht fertig. Und natürlich die Dorothea. Weil die ein Feld zu nah am Kampfgeschehen steht. Denn Hubert stimmt, musst du nicht mehr um dein Leben verhören. Das stimmt auch wieder. Hubert ist wahrscheinlich die größte Gefahr für unseren Magister. Das stimmt. Puh, sie hat überlebt. Ich hoffe, jetzt kommt kein Zweiter. Wenn jetzt noch einer in ihre Richtung läuft, dann... Dann... Kotzig. Pollenberg Dorothea ist gut. Die brauche ich. Die darf bitte nicht sterben. Die muss meine Top-Tänzerin werden. Eine der wichtigsten Klassen im Spiel. Wirklich so. Jetzt verschwendet hier nicht viel Zeit. Jetzt kämpfen wieder alle gegen den Magister und alles geht gut. Und der Letzte greift dann wieder Dorothea an und dann ist wieder alles scheiße. Jetzt habe ich den coolen Finisher-Supersprung vorgespult, weil ich keine Geduld hatte, weil ich davon ausgehe, dass Dorothea noch stirbt. Schade. Nein, da läuft wirklich noch einer zu Dorothea. Ach, komm schon. Halt die Klappe, Dorothea. Du bist schlecht. Und so solltest du dich auch fühlen. Ähm. Einfach sterben hier. Wo kommen wir denn da hin? So, also nochmal das Ganze. So, also nochmal das Ganze. Das heißt im Grunde, wir können mit allen beliebig weit weglaufen, weil der Magister schafft das. Okay, Hubert. So wird Hubert noch ein bisschen angegriffen vielleicht. Aber Hubert hat vielleicht leicht höhere Überlebenschancen als Dorothea. Ja, glaube ich schon. Hoffe ich zumindest. Oh, wie oft ich das noch machen muss. Ich hätte damit anfangen müssen sollen, weil wenn dann wieder was schiefläuft, könnte ich das wenigstens mir sparen. Na, ist er wohlst. Komm, hau den bitte schnell sofort. Ich überspringe es einfach schnell. Wenn man alles überspringt, geht es eh super schnell. Ich bin Ferdinand von Eyre. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Die Tänzerklasse, das kommt mit der Story. Das kommt von ganz alleine. Das ist eine einmalige geheime Klasse, aber das kommt von... Da musst du dann nur... Also, das sagt dem Spieler auch ganz offen. Das ist kein Geheimnis oder so. Da muss man einfach weiterspielen und dann kommt das. Das ist ein Geheimnis oder so. Das ist eine Chance. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Immer wenn der Watch and Learn sagt, habe ich die Melodie von dem Sonic-Song Live and Learn im Kopf. Der ist aber auch cool. Hubert, jetzt weich halt mal aus. Der hat nur 60% Treffer-Schoss. Da kann man mal ausweichen ab und zu. Mensch. Mensch. Hubert. Ja, für Lady Edelgard. Dann mach halt mal was und hör auf, dich dauernd umbringen zu lassen. Ach, wir haben es geschafft. Wir haben die Runde geschafft. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Dank Zeppulon und Lady Edelgard. Die zwei haben es drauf. Puh. Puh. Mein Gott, was für eine Armee. Habe ich noch extra Leben? Ich habe sogar noch zwei extra Leben. Dann ist es cool. Dann kann ich jetzt trotzdem noch ein bisschen was riskieren weiterhin. Lady Heidelbeer, Lady Hildebeer. Ich habe früher ziemlich viel Fantasy Star Online gespielt. Da gab es im ersten Level gleich die schwersten Gegner, die Hildebeeren. Und unsere Lady Edelgard, die ich immer Hildegard nenne, ist auch ein ziemlicher Bär. Insofern, so schließt sich der Kreis. Von Anfang an hat Sega das geplant. Dass ich bei 20 Jahre später bei einem Nintendo Spiel diese Verknüpfung herstelle. Jetzt macht alles Sinn. Ich glaube, so funktionieren die Köpfe von so Verschwörungstheoretikern. Ich dachte, ich könnte jetzt runtergehen und unten aufräumen mit den Leuten, die ich habe. Aber das war eine total lächerliche Idee. Die schaffen überhaupt nichts. Da räumt überhaupt niemand auf. Wie du willst. Du könntest zumindest versucht. Du bist nicht so arrogant, du. Wenn die beiden da auf dich gehen, könnte das noch echt gefährlich für dich enden. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die uns alle retten könnte. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe eine Idee, die uns alle retten könnte. Es ist Zeit. Heidelbeer aus Witcher 3. Das sagt mir gar nichts. Ich habe eine Idee, die uns alle retten könnte. Ich werde gewinnen! Oh yeah! Du hast nichts verpasst. Du hast nichts verpasst. Du hast nichts verpasst. und es erst mal entschärft. Ach so, die Prinzessin als Titel. Ach so. So, jetzt pass mal auf. Könnt ihr bitte jetzt den letzten Bogenschützen töten? Wenn der letzte Bogenschütze... Sehr gut. Wie humiliativ. Ich dachte schon, das wird nix mehr. Eine Meisteraxt. Meisteraxt ist schon ziemlich cool. Wie behältst du? Wie behältst du die Meisteraxt? Weißt du was? Legt das Schwert des Schöpfers ab. Ey, er hätte auch einen Schlüssel im Inventar gehabt. Hab ich grad so noch realisiert. Da war es aber schon zu spät. Da war mein... 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 motorisches... gespeichertes... automatisches... wegklicken schneller als mein... bewusstes... Erkennen. Weil den Türschlüssel hätte der Dieb noch besser ablegen können. Weil den braucht er nicht. Jetzt ist der schon wieder vergiftet. Warum haben die alle Giftwaffen hier? Das ist ja furchtbar. Und warum hab ich keine? Ich glaube, ich habe in meinem ersten Playthrough keine einzige Giftwaffe bekommen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie super viel Wert drauflegen würde. Aber... ein bisschen gemein finde ich's schon. Der blubbert sogar so vorhin. Das sehe ich jetzt erst. Ich glaube, ich werde verbessern. Ich glaube, ich werde verbessern. Ich glaube, ich werde verbessern. Gut gemacht. Level 12 Dorothea. Well, ich mag was du siehst. So. Den traue ich mich jetzt mal vorrücken. Ein bisschen. Ah. Ah. Okay. Ich dachte, jetzt brauchen gleich 500 Gegner gleichzeitig oder so. Aber stimmt gar nicht. Wir können uns jetzt hier wirklich erstmal gemütlich positionieren. So. Da muss unbedingt aber der Magister nochmal hinlaufen. Bevor wir... die Mission beenden. Damit er das Türschloss noch knacken kann. Also die... Kiste. Meine ich. Quasi. Was? 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 Das schafft sie, ja, ja. Das schafft sie leicht. Die bleiben auf der Lava stehen. Das ist doppelt gut. Und du machst einfach mal nix. Die Dorothea hat, hat die nicht genug Bewegungspunkte, dass die hier drüber laufen kann, oder wie? Das gibt's ja nicht. Der Magister verdrückt, weil die Nachwut hier oben... Lass mich zu demonstrieren! Wollte ich zurückhaben? Ein weiterer Erfolg! Die Krieg verbreitet mein Körper und mein Geist. Ich bin der weiblichen Hauptfigur. Ich habe bei meinem privaten Savegame die weibliche Version vom Magister genommen. Und bei dir ist es mir immer total aufgefallen, dass die von vorn einigermaßen normal aussieht. Und sobald sie sich zur Seite dreht, hat sie irgendwie so... Atombomben-Busen irgendwie, die auch so komisch waagrecht wegstehen von ihrem Körper. Das war super-weird einfach. Each battle has a chance to grow. ... ... ... ... Das geht schon noch, oder? Ja, das ist... Aber geht schon mal. Jetzt kann sich der Ferdinand gar nicht bewegen, ne? Zum Glück hat unser Heiler auch ein paar gute Offensiven Zauber. Es muss sich so schwer verlieren, mich zu verlieren. Jetzt kann ich so viel besser machen. Jetzt kann ich so viel besser machen. Oh, ja! Oh, ja! Und jetzt schauen wir mal, dass wir die vielleicht mal anlocken, die ersten paar. Es ist echt blöd, weil abgesehen vom Magister habe ich keinen, der so Damage tanken kann mal ein bisschen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Es ist erst vorbei, wenn ich unsere Ingrid hier unten abstelle, ne? Bis dahin kann ich machen, was ich will. Hubert, lock mal einen an. Und Kasper, du auch. Oh, gleich zwei. Geht das auch nur mit einem? Nee. Dann, dann lassen wir es lieber. Dann konzentrieren wir uns mal auf die da unten. Das ist wahrscheinlich eh eine gute Idee. Du hast dich inspiriert. Ich bekomme die Glückwunschung. Ah, natürlich. Petra ist ja auch schon hier. Die kann zwei anlocken, ohne Probleme, glaube ich. Zwei so Bogenschützen sollten nicht das Problem sein. Ferdinand kommt dann nächste Runde nach... Ist der, ist der schneller, wenn er absteigt? Nee, ich glaub, das verlangsamt alle. Nicht nur Berittene. Dann parke ich ihn jetzt mal hier, und dann hoffen wir. Oh nein, ein Hinterhalt. Ist zum Glück wurscht. Warum habe ich den Hubert ein Schwert gegeben? Was für ein... Was für ein Blödsinn. Warum? So, die drei schaffen die, oder? Der Magister könnte zur Not ein bisschen helfen, wenn es unbedingt sein müsste. Es wäre aber super, wenn es nicht sein müsste. Ah, super. Okay, sie kann gleich mal einen wegdonnern. Gut gemacht. Eine Teufelsaxt. Ach, warte mal. Ich glaube, Teufelswaffen sind total bescheuert. Sie sind nämlich irgendwie nur so ein bisschen gut. Nicht mal total gut. Und, ähm, dafür bringt sich der Benutzer von den Waffen fast selbst um. Oder irgendwie so. Ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber es ist im Grunde irgendwie bescheuert. Ah, sehr gut. Todesgeheul. Attacke! Zu Tode geheult. Du könntest zumindest versuchen. Und, ähm... 帥t? Ach! Ja! Pff! Ja! Oh! Ich habe getan, was ich wollte. Ich bedanke mich. Mein Herz ist mein Herz! Das ist mein Herz! Lass dich bitte nicht erschießen! Huch! Schau dir die Hilfe! Ich werde ihn nicht stoppen. Ich werde dir einen Plan zeigen. Was ist das, was du hast? Hast du ihn gewonnen? Ich würde lieber nichts machen. Was ist das, was du hast? Was ist das, was du hast? Was ist das, was du hast? Du hast es geholfen, oder? Du hast es geholfen, oder? Du hast es geholfen. Du hast es geholfen. Ich glaube, ich werde es geholfen. Linhard rockt. Und Petra sowieso. Du hast es geholfen. Hier? Sie sind wirklich auf meine letzte Nerf. Mit der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen... ...ich glaube ich darf den Schmerzen auf der Magierschiene geben. Was ist das für ein Schmerzen? Der Schmerzen, oder? Der Schmerzen, der Schmerzen, der Schmerzen, der Schmerzen. Der Schmerzen! Der Schmerzen! Danke. Vielen Dank! Das passt schon. Das passt sehr gut. Das ist kein Problem. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie das schafft irgendwie. Na schauen wir mal. Hallo, Softworks. Gut gemacht, Ingrid. Gut gemacht. Das war sehr gut. Schon mal. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Jetzt mach ich mir nur um Petra eben Sorgen. Ah! Sehr gut, Petra! Sehr gut! Warum mach ich mir bitte um Petra Sorgen? Also bitte. Um die muss man sich wirklich keine Sorgen. Das ist unsere Chance. Was? Wie steckt das weg? Was? 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 Ich hab ihn errauscht! Wie schön! Das ist gar nicht mein Zeitpunkt. Wir hatten schon mal einen Bayern-Stream. Monster Hunter Worlds war das damals. Ingrid, willkommen zurück. Habt ihr mit deinem Vater gesprochen? Ich habe es gemacht. Ich habe gerade zurück zum Monaster. Sobald ich ihn informiert habe, hat er die Probe. Wir haben uns mit so einem individuell verabschiedet. Es wäre schlecht für unsere Familie, egal ob es die Dauer gab. Oh, danke. Ich bin so glücklich, dass es alles funktioniert hat. Dorothea, Professor, ich möchte dir bedanken. Es war wichtig, dass wir dir helfen konnten. Es war wirklich ziemlich spannend, auch. Also, du weißt, nicht mehr über das. Ich konnte niemals meinen liebsten Ingrid übernehmen, die nur für ihre Kräste will. Oh. Ich gehöre dir zu dir, als ich? Hey, Dorothea. Das ist wahrscheinlich mehr als ein bisschen wunderschön, als ob es von kam, aber... Hier. Ein Ring? Ist das... Nein. Ist es? Oh, Ingrid! Ich akzeptiere deinen Offen. Wir werden immer wieder zusammen sein. Stopp mich, Dorothea. Ich versuche, zu ehrlich sein. Ich wollte einen Weg finden, wie glücklich ich dir bin. Also, ich suchte etwas von von meinen Dingen, das ich dachte, du würdest. Ich meine, du könntest bereits einen wie es haben, aber ich dachte, dass du nicht. Und... Ingrid, du bist einfach adorabel und ich liebe es. Aber... Vielleicht sollten wir diesen Ring an unseren Lehrern für heute. Unsere liebe Lehrerin können besser entscheiden, wie es zu benutzen. Du hast es nicht genug gemacht. Du hast das Recht, um ein bisschen Spaß zu haben. Ach, Ingrid, nicht? Dann ist es eine von den anderen blonden Figuren. Und... Mercedes ist es. Ah, okay. Ja, gut, okay. Dann habe ich Ingrid und Mercedes verwechselt. Ring der Göttin. Oh, der ist gut, ne? Ist das nicht eine bessere Version vom Gebetsring? Schutz der Göttin gesegnet. Heilt jede Runde KP. Genau. Ist ein besserer. Weißt du was? Den behalten wir uns gleich. Stimmt. Die Mercedes, nicht die Dorothea. Äh. Schon die Dorothea. Ach, halt die Klappe. So, wir machen jetzt die Mission hier auch noch. Aber erst hole ich mir ein Getränk, weil ich habe schon einen ganz... ...torkelnden Mund. ... ... ... ... O Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ähm, was ist denn los? I do. We can't send them out on a knight's mission without Rea's blessing. I'm sure I can get the go-ahead. I'll just say the students have a new field training opportunity or something like that. Besides, we'll be there. We're not going to let them get killed by pirates. There's a cat in the basement. Immer mit dem Greenscreen kämpfen. Nein, hey, hallo. Willst du jetzt? Hey. Was ist denn das? Der Controller. Ähm, wie bitte? Piraten? There are pirates causing havoc in the port of Daedru at the center of house Regans territory. The merchants association sent a request via the eastern church asking for protection. Die Kirche des Ostens? You haven't heard of the eastern church? I suppose it's because they don't have much of a presence. The eastern church controls eastern Foden. They don't have a standing army like we do. So, for incidents like this, they customarily ask for help from the central church. I imagine they want to contribute to make their presence known in the alliance. Be that as it may, we knights are quite busy. We don't have personnel to spare. Therefore, we're enlisting your help. You should have some experience dealing with pirates from your mercenary days, right? Ähm, vielleicht? The students have dealt with pirates, so this shouldn't be a problem for them. Come with us, won't you? Think of it as a training exercise. The merchants association will reward us handsomely. We don't have time to lose. Let's take care of this quickly. Du must have got Sinnohin. Der promotions to make an impact. Ich tue all the way. Oh! Ich dendete! Der Dinksi! Der Dinksi! Der Dinksi! Der Dinksi! Du darfst nicht aktiv mitkämpfen. Aber... Kasper, du kommst mit... ...mit ihm. Damit du ein bisschen trainiert wirst. Das ist gut. Inventory! Schauen wir mal. Du brauchst keinen Türschlüssel. Und die Meisterachs kann er überhaupt nicht benutzen. Stattdessen wäre vielleicht ein Heilmittel eine gute Idee. Und... ...mich hab ich das. Ja... ...prach... ...mich hab ich das. Wir haben einen Eisenbogen. Haben wir da nicht noch was besseres? Ich hab ein bisschen wenig Bögen, ne? Vielleicht sollte ich mal zur Schmiedin schauen. Und allgemein einfach mal Waffen upgraden und reparieren und so. Hab ich das nicht beim letzten Mal gemacht? Vielleicht hab ich das nicht mehr gespeichert. Schmieden. Damit ich mal Sachen, die kaputt sind, einfach mal aufs nächste Level hochschmiede. Zum Beispiel hier. Ihre beiden Brötchen. Sie hat eine Klappe an! Ist das die Klappe an? Ist das die Klappe an? Meister-Axt. Könnten wir draus machen. Wäre schon cool. Machen wir. Nein, doch. Okay. Überredet. Okay. Na also, das war doch schon mal gut, glaube ich. Aber jetzt gehe ich trotzdem noch mal in den Laden und kaufe... Wenn ich... Wie ist denn das? Wenn ich ihr jetzt einen Bogen kaufe, kriege ich den nach dem Kampf wieder? Oder kriege ich den erst wieder, wenn sie sich uns anschließt? Weil ich würde eigentlich schon gerne hier einen Stahlbogen wenigstens kaufen. Danke für die Bogen! Komm zurück, Sip! Komm zurück, any time! Außerdem... Moment, gehört sie schon zu mir? Ich bin verwirrt! Ich weiß es nicht mehr, weil alles ist so ausgegraut. Aber sie nicht. Ist sie schon in meinem Team? Ich bringe die ganzen Savegames durcheinander. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Wir spielen jetzt. Ich speicher erst. Und jetzt fangen wir einfach an. Der Ring der Götter heilt jede Runde Kaffee, ja. Das stimmt. Gute Nacht, Herr Sartreilgun. Mach's gut. Bernys Waffen sind referiert. Zum Glück. Wir sind die große Kaffee von Almaira. Resistet und wir werden diese Stadt auf den Boden verbraten. Ach, er zittert. Er hat's Ritter gelesen und habe gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Almaira-Kaffee. Das wird schwerer sein, als ich erwartet. Sie sind natürlich blöchig, aber es scheint, dass es auf den Merchern arbeiten. Schau, wir? Es sind die Knights. Bitte, schau uns. Wir werden dich ganz schön schütteln. Es wäre ein Dissastat, wenn sie unsere Schocken attacken hätten. Bitte, nicht sie in die Tau. Wir haben dich. Lass es den Knights of Saros. Ich schütze die Stadt vor Piraten. Wenn die Piraten es in die Stadt schaffen und nach insgesamt fünf Runden noch immer in der Stadt sind, ist die Mission fehlgeschlagen. Guck gleich mal diese winzigen Spielzeugbötchen da hinten an. Das sieht im Vergleich zu den Charakteren echt witzig aus. Ich meine, die Spielzeughäuser auch, aber das fällt mir besonders auf. So stimmt es von der Perspektive her einigermaßen. Na gut. Ganz genau, stay focused. Das fällt mir immer schwer. Das ist das. Ich hatte keine andere Option. Das ist meine Kugel. Warum nicht? Gleich mal ein bisschen heilen. Ich habe die letztes Mal rekrutiert. Ich habe mir schon gedacht. Ich war mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, ja, die gehört schon zu mir. Okay, cool. Dann macht das doppelt Sinn, dass ich die mit Sachen ausrüste und so. Oh nein. Ich werde überraschen. Das kriegen wir schon hin, Bernadette. Du hast, du hast Hildebea und Petra mit dabei. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, da spekulieren wir auf einen kritischen Treffer. Komm. Schade. Hätte ja sein. Auf der Map habe ich alle voll weggehauen. Und dann war da ein Gegner, der konnte mir gar nichts tun. Also bin ich an ihm vorbei, habe mir gedacht, soll er mich halt angreifen. Dann spare ich meinen Angriff. Und dann ist er auf einmal Richtung Stadt gelaufen und ich musste hinterher. Ja, ich hatte hier echt Probleme, weil ich ihn, Alois, ein bisschen überschätzt habe. Ich wollte Alois hier alleine aufs Schiff gehen lassen und das wird dann doch ein bisschen zu viel. Und unser Magister hat dann hier aber auch noch Probleme bekommen. Das war halt, das war einfach, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich hatte es ein bisschen unterschätzt, aber das, das wird mir heute nicht passieren. Hoffentlich. Petra ist schon krass. Die machte mich mit ihrer Eisenmacht besser fertig als der Hildebeer. Aber dafür ist der Hildebeer halt absolut unsterblich. Das darf man nicht vergessen. Fast nur ab. Hat nicht ganz gereicht. Jetzt passt mal auf, dann geht jetzt mal Shamir mit runter. Ich bin Ferdinand von Ayrn. Ferdinand reitet noch da lang. Aber unser Heiler, wir brauchen unten auch einen Heiler, würde ich sagen. Genau, so machen wir es. Das wird schon gut gehen, glaube ich. Das wird schon gut gehen, glaube ich. So nervig. Das wird schon gut gehen, glaube ich. Das wird schon gut gehen, glaube ich. Kommen Sie bitte hin. Aber das ist ja auch ein Schaden, oder? Ein Schaden. Und das ist doch ein Schaden. Die sind doch ein Schaden. Aber die sind doch krass einfach, finde ich. Mit dem Schwert kann ich das aber nur benutzen. Die genauigkeit ist nicht so gut bei denen, aber der Schaden, den die machen... Holy Moly! Edelgard, wie sieht denn bei dir aus? Du bist wahrscheinlich immun, oder? Nein, sogar... Boah! Hey! Hauen die... Mein Gott, hauen die rein! Das ist aber schon krass, finde ich. Verrückt. Ich spinne. Ja, Bogenschützen. Braucht man da. Aber die haben so viel Reichweite, dass ich die erstmal ein bisschen einschränken will, bis meine Bogenschützen in Reichweite sind. Ich hab ihn! 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 Ziemann wegen seiner eigenen Medizin. Ich hab ihn! Nee! Und jetzt, ja! Ich hab ihn nicht! Und jetzt, ja! Ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht! Du sprichst für nichts. Du bist der super stärkste Charakter im Universum. Kein Hesitation! Wollte ich zurückgehalten? Ich bin... schade. Ich kann nicht warte, dich zu retten. Aber wenn er dafür ein schlechter Bogenschütze ist, ist das natürlich auch nicht optimal. Das hat wirklich geholfen. Ihr könnt ihr zumindest versucht. Hey, dass ich mir hier nochmal Sorgen um die Ewigkeit machen muss. Aber gut, ich muss mir keine Sorgen um die Ewigkeit machen. Die kriegt das schon hin. Dann muss halt mein kritischer Supertreffer kommen. Ich habe diese Kunst gemacht. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich mache das jetzt. Er geht da lang... Er geht hier lang... Ah! Kempe impatrüpte! Well done! Felix! Kann ich jetzt gehen? Schau mir mehr! Schau mir auch auf A! Ist nicht... Moment mal! Ist nicht Schamir auch auf A? Ich könnte es schwören. Ich sehe es leider nicht. Da unten! Doch, doch! Genau! Eben! Die sind nämlich... Das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Die blonde Ritterin ist beschwert auch auf A. Die sind alle, glaube ich, immer auf A. Ich glaube auch... Er hier ist auf A. Die ganzen erwachsenen Charaktere haben alle A in ihrem Rang. Genau! Er hat auch mit der Axt A. Ich bin so am A. Ich bin so am B. Der größte B. Der größte B. Der größte B. Der größte B. Wenn mit ihr irgendwie auftreten, der größte B. Der größte B. Der größte B. Die längere B. Der größte B! Der größte B. Erhörter wurde im covereden B. Ich weiß, wo ich stand. Ich glaube, von allem, was ich gesehen habe, ist der der unsterblichste Charakter überhaupt so ziemlich. Bei Team Edelgard ist mir bis jetzt eigentlich nur Edelgard selbst wirklich aufgefallen. Ich habe schon gesagt, dass ich glaube, dass sie wahrscheinlich das stärkste Oberhaupt ist im Vergleich zu den anderen beiden. Aber bei Team Edelgard bin ich mir nicht sicher. Der ist auch nicht schlecht. Aber sonst ist mir noch keiner so richtig aufgefallen, so richtig herausgestoffen. Achso, Dorothea. Dorothea ist, wenn sie dann mal Tänzerin ist, im God-Mode. Ich meine, andere Tänzerinnen sind auch gut, aber Dorothea ist durch ihre Heilmagie und sowas da schon echt prädestiniert. Und ansonsten... Ich meine, Petra ist gut und Bernadetta ist gut, aber die sind mir alle bis jetzt zumindest noch nicht so ins Auge gestochen als Bohr-Supermächtig. Aber das kann ja ganz schnell auf einmal passieren. Ich werde das nicht vergessen. Und ich glaube, von den Damage-Dealern her ist von allen, wirklich, von allen Charakteren ever. Aber wie gesagt, mal schauen, wie die hochleveligen Dimitri und Hildebrandt-Bear-Charaktere noch so werden. Aber ist, äh, die Letizia. Die Letizia ist wirklich die allerkrasseste Damage-Dealerin. Ich glaube, da gibt es nichts Vergleichbares, glaube ich. Bis jetzt. Was ich bis jetzt gesehen habe. Ich mag mich täuschen. Aber ich glaube nicht. Aber wer weiß. Shit. Der macht ihm echt Schaden, ey. Das ist echt eine blöde Situation hier. Genau, was ich befürchtet habe. Ich meine, Hubert ist auch nicht schlecht. Aber der ist auch nicht so, dass ich sage, so, boah, Hubert, den muss man im Team haben. Ich danke dir. Ich weiß, wie er auch krass wird. Dass Petra auch krass wird, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, Petra ist vielleicht... Die könnten Felix sein, so krass. Und auch... Und auch Powerball. Das sowieso. Wie man die skillt und so weiter, ist eh ganz klar. Aber, ähm... Nesithia hat ja zum Beispiel auch die Anomalie, dass sie zwei Wappen gleichzeitig hat, was eigentlich gar nicht möglich ist. Das ist auch tief mit ihrer Story verwoben. Und das macht sie hinten raus auch schon alleine so unglaublich mächtig. Das ist echt gefährlich, weil die den da komplett fest pinnen. Der kommt doch nicht mehr weg. Die machen den mit ihren ganzen Gruppeneingriffen hier total fertig. Das ist echt gemein. Richtig mies. Du hast gut geklappt. Warte, 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 wenn ich mal einen Schnitter habe, dann wird hier so gekritikt und hittet, dass sie nicht mehr lustig ist. Also nicht mehr für euch. Für mich schon. Die Mark der Nobilität. Und wenn man das halt eben berücksichtigt oder richtig errät oder richtig levelt, würden die halt dadurch extrem krass werden. Jetzt haut der daneben. So ein Arsch. Hubert kann auch nix retten, oder? Ich mach mir nämlich wirklich Sorgen um ihn da vorne. Der ist jetzt schon seit zwei Runden, sitzt der fest und kann im Grunde nix machen. Ich mein, theoretisch kann man zwar jedem zu alles machen, aber das Spiel sagt einem schon relativ deutlich, was sinnvoll wäre. Erstens, weil die ja quasi schon mit Ausrüstung und mit Skills starten. Und zweitens, mit dem versteckten Potenzial. Das ist oft schon Augenzwinkern auf das, was dann nach dem Fünfjahresprung kommt oder sowas in der Art manchmal. So, Arlos, ich mach mir echt Sorgen um Arlos. Arlos ist irgendwie gerade echt im Bedrängnis. Die flinken Kiraten trifft er nicht. Und die dauern mit ihrem blöden, mit ihrem blöden, äh, Bataillon-Angriff. Hey, ausgewichen. Sehr gut. Ja, hab ich gedacht, dass da gleich noch einer kommt. Ach, ich hab's gewusst. Smash up the houses and trash the shops. Swipe anything, that's not nailed down. Ach, wenn sie die Stadt attacken, werden wir nicht mehr die Nachts, die sie geworben sind. Ich mein, hinten raus werden sowieso alle Magier beides. Also, ich mein, Magier, die auf Glauben basieren, sind ja sowieso von Anfang an sowohl offensiv als auch Heiler, während die Schwarzmagier halt komplett offensiv sind. Aber hinten raus macht's eigentlich immer Sinn, dass man alle auf beides gilt. Oder denen irgendwie noch eine Waffe dazu bringt. Reiten, Reiten und Magie ist zum Beispiel auch eine Option. Aber im Grunde sind, finde ich, die besten Magier, meiner Erfahrung nach, wie die einfach beides beherrschen. Das ist die Power von Hildebeer, Edelgard. Die Unsterbliche. Ich weiß. Ja, ja. Das kriegen wir alles hin, aber ich mach mir eher um dich Sorgen, ehrlich gesagt, als um die Stadt. Schmier! Lauf zurück in die Stadt, schnell! Fünf Runden! Ey, das müssen wir schaffen, Schmier. Soll ich noch wen mitschicken? Petra vielleicht? Ja, schicken wir die beiden Bogenschütze hin. Die machen das schon. Und die Damage-Dealer-Lady und die Tank-Lady stürmen währenddessen das Piratenschiff. Es stimmt wirklich, die beiden sind ein gutes Team. Hildebeer kann alle anlocken und tanken und Petra kann alle krass abstauben. Also nicht, dass Hildegard, Edelgard, jetzt weiß ich schon wirklich nicht mehr. Nicht, dass Edelgard nicht auch gut Damage dealen kann, aber Petra ist momentan, dadurch, dass sie so schnell ist und immer zweimal angreifen kann, definitiv die, die, die mehr Damage dealt. Äh, doch, doch, Petra. Stimmt schon. Hallo, Doofkopp, hallo. Genau, wenn man den Warlock-Wert machen will oder wie der, wie der heißt, diese höchste Klasse, diese höchste Magier-Stufe, dann braucht man beides auf einem sehr hohen Level, damit die die Prüfung bestehen können. Aber das lohnt sich. Das ist wirklich super. Schauen wir mal, dass wir so viel wie möglich von denen vielleicht killen können. Ja, ich weiß, das ist wirklich tough. Der hat eigentlich hier mit Brand voll die gute Fähigkeit, aber lohnt sich nicht. Mein Gott, die ist aber echt stark auch noch. Schade. Die Treffer-Wahrscheinlichkeit ist auch furchtbar, die er hat. Magister, kannst du helfen? Ja, Magister kann helfen. Dann mach das. Genau, kill den bitte mal. Das ist das. Ganz genau. Wobei ich glaube, dass er eh schon außer Gefahr ist, weil der, der, der Schaden, einen Schaden gemacht hat, wirklich. Der ist schon tot. Die anderen sind nur nervig. Aber nicht tödlich. Aber ich will kein Risiko eingenommen. Nur ein Fühlschrank ist mir. Schauen wir mal, dass wir ihm wirklich helfen. Ja, dass er hier mal rauskommt. Das ist so eine echt blöde Situation. Ah, der könnte sich jetzt sogar bewegen. Macht aber nicht. Jetzt hau dazu. Ach, komm schon, Alois. Diese schnellen Piraten sind einfach ein Problem für ihn. Ich will das nicht vergessen. Heil dich doch mal mit ihm. Meinst du jetzt mit, mit... Alois, der ist geheilt. Ist ja eh, es passt dir ja. Das ist eh, alles wunderbar. Jetzt habe ich ihn ein bisschen vergessen. Nicht, dass ihm jetzt was passiert. Er ist auch nicht gerade der Fitteste, ne? Soll ich mich vielleicht zurückziehen mit ihm? Wie weit kann ich mich zurückziehen? Greift mich nur einer dann an. Oh, der hat Handschuhe. Das könnte gefährlich werden. Wartet mal kurz. Testen. Das wird nicht gefährlich. Dann zieh dich ruhig zurück, Hubert. Ist okay. Nimm einen Schluck Heilflasche. Du hast genug davon. Die mit ihrem Tumult. Wie auch darfst du, wie wir das eigentlich machen? Ich kann das zweimal pro Charakter und Kampf machen. Der macht das, glaube ich, mindestens zum 18.35.000 Mal. Oder so. Bestimmt. Ich habe mitgezählt. Danke. Der Drache Fiekse Glück in Richtung Bogen schützen. Das stimmt. Der harte Kern. Es gibt manchmal leichte, leichte Abweichungen in der Besetzung. Aber im Großen und Ganzen kann man sich drauf verlassen. Du hast so ziemlich verloren. Wer ich habe so ziemlich verloren? Warum? Ich glaube ich nicht. Die Stadt ist unter Attack. Wir müssen schnell gehen. Kavallerie ist erst die zweite Runde. Wir haben noch genug Zeit. Ich werde nicht stoppen. Ich habe schon überlegt, ob ich mit dem Ferdinand noch zurückreiten soll. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch wurscht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie sich der hier drin bewegt. Wenn der jetzt hier nach oben fliegt oder so. Aber den kriege ich schon. Den kriegen wir. Das ist jetzt, glaube ich, dass der hier drin ist. Should I have held back? Look at you. You worked hard for nothing. Oh, we're done now. Ach so, Heilerin. Okay. Unexpected. What is actually my goal? I just bring all of them, right? Like always. Flamespairing protect me. We are the Knights of Seroths and we will not tolerate your violent villainy. I won't believe it. Well, we'll need you. They are pobre to grunel. We'll need Zeroth over the continuance of Seroths because of the end. Ich verabschiede mich! Ich dachte, er sei tot! Ich glaube, die Hardware hat gebraucht. Ich kann durchsuchen! Nicht ganz, was ich danach war. Ich bin Ferdinand von Ayer. Was? 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 Ja, ich finde… Ich finde schon langsam könnte Cola ruhig mal mit einem Werbe-Vertrag auf mich zukommen. So oft wie ich hier… Das Hero in die Kamera halte ich noch habe. Bis jetzt leider was… Trinkt das jetzt zum Spaß oder wie? Oh, oh! Oh, oh, das sieht ziemlich gut aus! Huber! Huber! Ich bin nicht verwendet. Frau Edelgard, vergib mir! Das ist das! Wenn die Stadt zu verhörtert wird, dann wird sie zuerst... Wer kann? Wie du möchtest! Das ist meine Queue! Oh! Danke! Nein! Das ist nicht... Das freut mich. Das war ne spontane Idee. Und ich hab mir gedacht, komm, das mach ich jetzt einfach und fertig. Dann hab ich's auch gemacht. Jetzt kommt da noch einer. Warte und lernen! Warte und lernen! Warte und lernen! Wir müssen ja gleich ziehen. Die Zeit vergeht jetzt nicht mehr. Wie erwartet. Oh nein, Alois! Ach komm schon! Ich hätte echt gedacht, dass der zumindest EIN Angriff von einem Hubern überlebt. Aber scheinbar überlebt der Nix! Ich habe verloren. Vergib mir, aber... Ich muss zurückziehen! Das ist meine Queue! Danke! Du kannst nicht mit einem Hubern überlebt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Es ist etwas ... Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Der Zähler ist immer wieder von vorn los. Mal schauen. Du hattest gut. Mein Gott, die sind so krass. Oh, er kann ausweichen. Oh, Gott sei Dank. Ich meine, er hätte trotzdem mit einem HP überlebt. Aber... Die sind einfach so krass, diese Buben. Die können sogar für unseren Magister gefährlich werden. Was ist denn mit denen los? Das ist das. Wenn die Stadt noch mehr verletzt wird, wenn wir das nicht mehr verletzt werden, wir werden nicht mehr verletzt werden. Wer ist das? Wir versuchen, die Menschen zu retten. Okay. Oh, nein. Ich habe es noch geschafft? Das funktioniert. Das ist kritisch. Du musst nicht versuchen. die Sprecher zu retten. Oh, nein! Ja, es gibt ja... Da haben wir ja schon drüber geredet, Metatron, dass es ja bei euch dann auch die... Trainingsmissionen gibt. Also, dass man Missionen immer wieder wiederholen kann. Und das geht auch schwer nicht. Ich wusste nicht, dass es auf normal geht. Aber ich hätte gern so die Möglichkeit gehabt, ganz viele Kämpfe zu machen und zu brinden bei meinem ersten Playthrough. Aber auf schwer geht das eben gar nicht. Leider. Und das heißt, dass man halt auch immer relativ niedrig gelevelte Einheiten hat, halt einfach auf schwer. Weil man keine Chance hat, die irgendwie hochzuleveln. Wie du wünschst. Ich werde überwählen. Ich werde überwählen. Ich werde überwählen. Wir haben gewonnen, oder? Naja, mach ich das. Test! 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 Um... Das war gutes Training. Danke für deine Hilfe. Das kann nicht so sein, wie du erwartet hast, deinen Tag zu gehen. Patient und Verständnis. Just like Captain Gerald. Wir haben dir einen Token unserer Appreciaation, glaube ich. Geh die Rewarden von der Merchants-Assoziation. Schreib es mit deinen Studenten, wenn du möchtest. Und die Antwort ist quasi ja. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber grundsätzlich auf jeden Fall. Eigentlich ist mein Plan nämlich, dass Resident Evil und Fallout, weil ja da auf dem Kanal jetzt doch für beide Spiele zwei recht große Communities sind, so ein bisschen sich den Content teilen, so ein bisschen. Aber ich will auch ganz andere Sachen machen, viel mehr eigentlich. Nicht nur, nicht nur immer auf einige wenige Sachen konzentrieren. Sondern eben auch sowas wie, wie zum Beispiel das... Genau, zum Beispiel ähm... Äh... 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 Mir fällt der Name nicht ein. Ich... Ich... Ich glaube, ich werde verrückt. Mir fällt der Name wirklich nicht ein. Wartet mal kurz. Ich muss das kurz googeln, weil ich werde sonst wahnsinnig. Also zum Beispiel Turok. Ich kann mir vorstellen, dass ich wirklich noch mehr Videos zu Turok mache. Und... Auch zu... Mir fällt's nicht ein. Warte mal. Starbound! Danke! Starbound! Ich muss jetzt Florence und Glitch googeln. Zwei der Rassen, die drin vorkommen. Und so weiter und so fort. Will ich auch alles machen. Und du willst kürzer treten. Ja, das stimmt. Ich glaube, es werden öfter mal weniger Let's Plays kommen. Wahrscheinlich eine Let's Play-Reihe vielleicht ein bisschen kürzen. Und... Viel mehr... Also, was heißt viel mehr? Jetzt ist es ja eh schon so. Viele so relativ kurze Specials und nicht jeden Tag diese 10-Minuten-Videos. Weil das ist halt echt krass. Das... Das hat mich in relativ kurzer Zeit extrem aufgearbeitet. Und die Merlin muss darunter leiden. Deswegen lieber ein bisschen weniger. Und dafür bleibe ich psychisch gesund. Und... Ähm... Zwischen den ganzen 2-3-Minuten-Videos, wo ich kleinere Sachen vorstelle und kleinere Sachen behandle, kommt dann dafür immer wieder wirklich aufwendigere Sachen. Okay. Ähm... Ähm... Das ist auch einer seiner vielen Mehrheit. Schmier. Schmier. Du kannst nicht sagen. Schmier. Du kannst nicht sagen. Schmier. Schmier. Du kannst nicht sagen. Schmier. 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 Ich hab' mich nicht gelesen. Außer es ist relativ neu. Dann nicht. Ich hab' Gratitude. Danke. Linky. Hau ab jetzt. Mensch. Terror Katzen. Ich muss hier ja... Ich muss hier einen Unterrichtswochenplan erstellen, Mensch. Die nervt mich hier so. So. Irgendwer ist doch top-motiviert. Oder? Zumindest... Ja. Zumindest die Petra ist top-motiviert. Die Motivation ist furchtbar. Aber Petra kriegen wir... Achso, nee. Ja, trotzdem. Stecken wir alles in Schwertkampf. Du bist... Ich... Du bist... Du... Warte mal kurz. Ich muss kurz die Katzen isolieren. Die sind... Agro. So. Eine bleibt bei mir. Die andere geht raus. Und dann ist Schluss. Schmier. Die ist eh schon so krass mit dem Bogen. Hat die eigentlich ein verstecktes Potenzial? Ich glaube nicht. Nee, nee. Die ist halt einfach die Superbogenschützin. Kann sie auch bleiben. Was? Dann du ja... Nein, das ist wirklich... Da bin ich noch... Bin ich noch mal kurz zu. Unverschämter. Ich habe keine Überlebigung. Eher gehe ich an. Ich bin nicht alle... Ja... Ich bin alle eben viel auf... Ich bin ganz 5 Instagram... Und dann habe ich noch mal... Ich bin alle... Ich bin alle... Ich bin alle... Oh! ...was die... ...welche Waffen die benutzen können. ...wetter noch nicht. ...wetter noch nicht. Beim Spiel Mad Max... ...ja, ich finde auch, dass die viele Konzepte drin haben, die cool sind... ...aber die insgesamt nicht perfekt umgesetzt sind. Es ist ein Spiel, das mir echt Spaß macht... ...aber es ist für mich auch kein super top Spiel. Es ist ein unterhaltsames Spiel, aber ich glaube die wollten... Professor! Und auf Axt- und Rüstfähigkeit. Eigentlich lass ich die immer ihre Ziele ändern, wenn die wollen. Besuchen wir Edelgard, meinetwegen. Oh, es ist du. Ich sehe wieder zu spät, was du hier bringst. Was bringt dich hier? Ähm... Kannst du nicht schlafen? Ist das so offensichtlich? Ich liebe Spiele, wenn ich mich schlafen. Ich muss nur ein bisschen freshes Luft bekommen. Du kannst es dir einteilen, wie du magst, im Grunde. Ist doch eigentlich... Ähm... Ich kann auch nicht schlafen. So, ich sehe. Es ist immer noch nicht gezwungen, sich zu spät zu bleiben. Ich sollte auch ein bisschen schlafen. Aber... Habt ihr noch eine Art Lange für die Outdoor? Ich habe. Es gibt Zeiten, wo ich für die Wärmung des Sonn. Für einen süßen Wind auf meinem Gesicht. Lise. Erinnerst du von dem ich dir die anderen Nacht? About... ..my.. ..genie. Aber nicht. Ich hatte ein lebens für meine Reise einen Chance für die Art von Leben, die sie würdetten. Eine Wunige, Lebende. Ich erinnere mich. Meine Brüse und ich waren... Wir sind hier im Abgrund, unter dem Hallux. Das Ziel war es, um unsere Körper mit den Zutaten zu ermöglichen. Ich habe immer die Krest des Seroths, die durch die Hressfelg-Bloodline genutzt wurde. Aber es war nur eine Krest, und die meisten meiner Beziehungen hat keinen Krest überhaupt. In order to create a peerless Emperor zu regieren Thodlan, sie verletzten unsere Körper ab, indem wir unsere sehr flesh entfernt haben. Jetzt bin ich hier, der fruit von diesem Endeavor. Edelgard von Hressfelg. Aber das kam zu großem Preis. Die anderen wurden verletzt. Unsere nicht nur die einzige Leben, die durch diesen schrecklichen Prozess verletzt wurden. Die Innocenten sterben auch, ohne zu wissen, was sie für sterben waren. Und da hast du es. Die Wahrheit des Hressfelgs-Empires. Die Sie sind die einzige, mit der solche Experimente gemacht wurden. Und jetzt erfahren wir, dass er mit der gesamten Familie von Edelgard dasselbe gemacht wurde. Oder ähnliche Experimente auf jeden Fall. Interessant. Bei Mad Max, das stimmt. Das ist echt schlimm, oder? Der wirkt wirklich wie der größte Vollidiot überhaupt. Der Videospiel Mad Max. Und das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, glaube ich wirklich, dass die den so ein bisschen an den neuen Film Mad Max anlehnen wollen. Wobei ja auch der ursprüngliche Mad Max kaum Text hat eigentlich. Aber das stimmt. Aber der im Spiel ist einfach wirklich... Ich finde es ja lustig. Aber halt unfreiwillig. Ähm... Das ist kaum zu... Oder wer ist dafür verantwortlich? Der Prime Minister und seine Gaggle von Nobeln. Sie hatten das Empire unter ihren Zellen. Mein Vater, der Emperor, hat versucht, ihn zu stoppen. Aber... Es war fütlich. Mein Vater war nichts, als ein Puppet auf einer String bei Ben. Er war powerless, um uns zu retten. Ich weiß, wie es alles klingt. Aber wenn du die Wahrheit gesehen hast, wirst du wissen, dass ich die Wahrheit spreche. Ich habe es hidden all diese Zeit. Aber... Ich zeige euch die Kraft der zweiten Crest. Es ist das gleiche wie du. Die Crest of Flames. Was? Wenn es für mich manifestierte, habe ich eine Silent Oath. Für meine Familie, und für alle die pooren Menschen, deren Leben wurden für meine Existenz. Für ihre Worte, werde ich ein Welt für so sinnvolles Worte, die nie wieder wieder sanftiert werden. Als Emperor werde ich das Welt ändern. Ich versuche es. Krass. Wer will mit mir Madenbrei mampfen? Ich wollte schon echt so oft mal Insekten essen. Aber immer wenn es die irgendwo gibt, übersehe ich das. Aber eben so Maden oder Heuschrecken oder sowas würde ich echt gern mal probieren. Aber ich übersehe es immer. Wirklich, aus Maden kann man ja anscheinend total geile Burger-Patties machen, die anscheinend auch ganz gut schmecken. Aber ich weiß es nicht. Aber ich würde es gern mal probieren. Vielleicht jetzt nicht unbedingt den Mad Max Brei, aber so grundsätzlich. Ja, die Zelda auch. Die stimmt mir zu. Das war gerade eine coole Cutscene. Ein cooler Dialog. Das hätte ich gar nicht gedacht. Verdammt Spoilers. Ja, aber du spielst das doch nur, Merlin, mit der Dimitri-Story. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht wirklich Spoiler sind. Weil ich zum Beispiel mit der Beclawed-Story von dem allen Null mitbekommen habe. Man kriegt wirklich mit den einzelnen Storylines nur sehr wenig von der Gesamtstory mit. Man muss das, glaube ich, wirklich drei oder am besten sogar viermal durchspielen, damit man alles wirklich mitkriegt. Also ich würde das gar nicht als Spoiler bezeichnen. Außer du hättest vorgehabt, das nochmal mit Edelgard zu spielen. Sondern eher als Ergänzung. Du erlebst es gleich ein bisschen komplexer wie wie jemand, der das nicht sieht. Ja gut, aber das kannst du ja dann trotzdem nochmal machen. Das hält dich ja davon nicht ab. Wie spät ist es denn jetzt? Ja okay, machen wir noch eine Teestunde mit Ash. Aber dann ist Schluss. Was mag denn Ash? Der mag bestimmt Angelika... Angelika-Tee. Weil wir haben drei davon. Ah, ne Schau. Danke sehr. Oh, das ist lecker. Ja. 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 Ich kenne Ash. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich weiß nicht wer du eigentlich bist Ash. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Wow. Ah, er redet gern über Flü... 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 Flüßig... Süßigkeiten. Huh? Außerdem redet er bestimmt gern über Traumziele. Er ist? Ja. Wer nicht? Warum nicht? Und... Kochen. Er ist ein Koch. Das weiß ich von ihm. Das ist das einzige das ich weiß. Was? Aber Ash ist ein Koch. Ach, ich bin mir ganz sicher. Vielleicht redet er trotzdem nicht gern über Fehler beim Kochen. Ash kommt aus armen... aus einem armen Haus. Ja. Das finde ich bewundernswert. Hahaha. Es war trotzdem eine beeindruckende Konversation. Und jetzt kann ich mir weirderweise ihn im Zoom ansehen und irgendwie... Was ist das? Ich weiß es nicht, Ash. Ich finde es genauso weird wie du, dass ich das machen kann. Ich... 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 verstehe es auch nicht. Es tut mir leid. Hier. Nimm eine Eulenfeder. Wow. Ich kann das? Bitte. Und jetzt tschüss. Danke für den Tee. Ich hoffe, dass wir das wieder machen können. Okay. Okay. Hehehe. Hehehe. Er mag lesen Ritter. Da hast du recht. Stimmt, stimmt, stimmt. Er ist doch der Fan von dieser Ritter-Geschichte. Und deswegen mag er auch Felix. Ja, ich erinnere mich wieder. Und er kommt aus einem armen Haus und wurde adoptiert im Grunde von einem Ritter. Jetzt will der Arlo, ist er auch noch was. Hehehe. Hallo Professor! Und die Hinscherebe Ash für Names und Names. an denen ich die Hand mit den Hinscherebe Ash ein Böser mit der Haar- und Hautfarbe... Äh Augenfarbe. Äh ich meine er ist ein Dieb... der von Haus aus Schlösser knacken kann. Ein bisschen böse ist er. Nicht, dass ich wüsste. Wen hat Gerald eigentlich nicht irgendwie erzogen? Was? Habe ich das nicht erwähnt? Wie einig. Was für ein verständiger Gaff. Wie alt bist du, Alois? Das klingt ganz nach Gerald. Ich habe es mir schon gedacht. Äh, was wisst ihr über Geralds Alter? Weil Gerald muss ja dann quasi ungefähr 60, wenn nicht älter sein, im Grunde. Der ist ewig jung. Das ist auch so ein Mysterium, das ich mit meiner Claude-Story nie rausgefunden habe. Ich bin gespannt, ob wir da in der Storyline ein bisschen mehr drüber erfahren. Genaueres. Ganz ohne Zweifel. Jetzt hast du meine ganze Geschichte gehört. Ich hoffe, dass du jetzt verstehst, warum ich so starkes Gefühl zu dir fühle. Wenn du in einem Bind bist, gib mir einfach einen Hörer. Ich werde helfen, wie auch ich kann. Danke, ich kann selbst auf mich aufpassen. Warum, das wirkt irgendwie so unhöflich, oder? Warum gibt es denn keine andere Antwortmöglichkeit? Ich würde gerne einfach nur sagen, danke, gut zu wissen. Oder so, wenigstens. Und so, wenigstens. Und so, wenigstens. Und so, ich werde dir zurückkommen. Aber wirklich, wenn ich alles aus deiner Pfanne zu nehmen kann, lasst mich nicht zu wissen. Gerald ist ja scheinbar seit 20 Jahren nicht gealtert. Ja, eben. Und wenn der vor 30 Jahren schon ihn als Knappen aufgenommen hat, dann wahrscheinlich schon viel länger nicht. Hm. Ich hatte es mir gedacht, dass wir besser machen würden. Es ist ein guter Ergebnis für zwei Menschen, die nicht so gut zusammenkommen. Ich habe es getroffen. Okay. Jetzt schauen wir noch mal kurz, ob irgendwer ein Examen machen kann. Du 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 du. Nee. Na dann. Dann halt nicht. Na gut. Dann machen wir glaube ich für heute Schluss. Wir haben schon wieder ganz viel Unterstützung. Mit wem habe ich den Unterstützungsdialoge? Oh, mit vielen. Ferdinand, Linhard, Petra. Aber Ferdinand und Linhard kann ich noch gar nicht nehmen. Petra schon. Du so. Na ja. Wie dem auch sei. Dann machen wir jetzt wirklich für heute Schluss. Morgen ist ich schon wieder Patreon-Folge. Und ich muss jetzt echt mal. Ich habe schon so viele Folgen jetzt auf der Hinterhand, die ich jetzt alle mal auch noch auf den Lensquid Bird Rider Nintendo Kanal hochladen muss. Für alle, die es noch nicht gesehen haben oder noch mal sehen wollen, werden das gleich mal auf einen Schlag 20 Stunden oder so. Das ist cool. Na ja. Dann. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Und morgen Patreon-Stream. Und nächste Woche gibt es kein Dienstag-Stream. Ähm. Nächste Woche gibt es kein Dienstag-Stream. Und auch sonst keine Streams. Aber dann übernächsten Dienstag wieder ganz normal. Also ab 10. Ab 10. September geht es wieder ganz normal weiter. Also. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.